yo leute was geht herzlich willkommen zu einem neuen youtube video und zwar werde ich heute meine kleine schwester eine kleine überraschung machen und zwar sie wünscht sich immer dass ich sie von der schule abhole und die wünscht sich immer dass ich sie abhole und heute dachte ich mir okay da ich eh Zeit habe aber später noch trainieren gehen will gehe ich sie abholen und ich würde sagen wir gehen jetzt los so leute auf jeden fall mein vater fokussiert doch mal dann nicht nein spaß auf jeden fall ich hab dir nicht gesagt ich komme ja mit wie sabrin ja auf jeden fall meine kleine schwester wünscht sich immer dass sie abholen also dachte ich mir falsch mal jetzt mein papa mit ich würde sagen meine schwester in der schule und könnte ich einfach das scheiß wetter das sind die bombe typisch deutschland ja ich weiß leute ich sollte jetzt einfach allein in die schule reingehen dabei weiß ich wo meine kleine schwester ist er sagt hier ein geradeaus rechts und warte da irgendwo woher soll ich wissen wo das ist welche finden wo das ist stabile käppi mein kapo umgekehrt wir gehen jetzt in die schule rein grundschule den namen darf ich glaube ich nicht verraten klar sicher grundschule ich weiß auf jeden fall sabrin wir kommen gleich bis gleich ich nehme meine beiden auf ich weiß nicht ich habe ich habe das ist heilig woher ich weiß das ist heilig woher ja ich habe ich habe und ich habe das ist heilig woher Sabine, du isst viel zu viel. Alter, du bist doch fett. Guck mal, Leute, ne? Alter, ist das geil! Ey, kennt ihr das von früher? Kennt ihr das von früher, wenn ihr euch immer gestritten habt? Wer vorne sitzt? Ich sitz vorne, ne? Ey, Mann! Ich war zuerst, ich war zuerst, Sabine. Ich glaub, ich doch vorne sitzen, es regnet. Machen wir mal die Tür auf, Baba. Ich sitz vorne. Bist du unfair? Soll ich noch auf Kindersitz sitzen, oder was? Ja. Okay, sitz ich mal auf Kindersitz. Voraable Musik Doch sabrin lass dir Zeit, lass dir ruhig Zeit, sabrin lass dir Zeit Nimm noch die, nimm noch sabrin noch die, nimm doch noch die So Leute auf jeden Fall haben wir jetzt noch ein bisschen Spaß im Auto auf jeden Fall Auf jeden Fall gehe ich jetzt los zum Fitness und ich würde sagen ich verabschiede mich jetzt Ja ich auch, hau rein Sabrin, Faust So auf jeden Fall, ich weiß noch nicht ob ich einschalten werde, falls ich nicht mehr einschalten werde, dann war es das hier mit dem Video Ciao und bis zum nächsten Mal